Das sind wir, Überraschung wie immer, mit einem echten Fall, echten Leben, fast einem Urteil. Zuverlässig vielen Fragen, würde ich behaupten, von dem von mir so sehr geschätzten Basti Red. Und jetzt noch ein paar Worte vorneweg. Also ich finde ja, Kühlschränke sind etwas höchst Privates und sie verraten viel über uns selbst. Ihr werdet nachher verstehen, warum ich das anspreche. Meiner ist immer überfüllt und ich tue mich mit der Ordnung etwas schwer. Ersteres zur Freude meiner Mitbewohner, zweiteres zu deren Leidwesen. Aber jedenfalls sind Kühlschränke eigentlich nichts Bedrohliches, jedenfalls nicht in meinem Leben normalerweise. Bevor wir über Bedrohliches, beziehungsweise über richtig gefährliche Kühlschränke reden, kommt wie immer hier der kleine Werbeblog. Bitte abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt. Schaut uns, abonniert uns auf YouTube über den Hessenschau-Kanal in der ARD-Mediathek. Und ihr findet uns auch immer im hr-Fernsehen etwas später, so ungefähr immer um Mitternacht am Freitag nach der Talkshow. So ist das. Auch dort fleißig einschalten. Da könnt ihr noch mal ein paar alte Fälle euch anschauen. Wir kriegen das ja auch immer gespiegelt in E-Mails, dass das auch viele, viele Leute machen, weil die dann genau dort Fragen stellen. Und oder merkwürdig zusammenhanglose Fragen unter meine Instagram-Posts stellen. Ich denke, das war eine ganz alte Folge, meine liebe Frau. Eben, egal. Du hast den Kühlschrank schon angeteasert. Ich weiß gar nicht, was ich noch anteasern soll. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, ein Fall, den hatten wir so noch nicht. Und das ist schon im Endspurt zu Staffel 7 schon besonders, dass wir das noch haben. Und ich möchte sagen, er ist nicht so verzwickt und nicht so anstrengend wie der letzte Fall. Glaubt, oh Gott, ich habe Angst. Also ich finde, der ist nicht so schwierig. Es ist zumindest, ja, ich will auch nicht verhabenlosen, was da passiert ist, aber es sind nicht so viele Leute ums Leben gekommen. Hören wir einfach an, was da passiert ist. Und ich habe trotzdem, kannst du dich schon mal darauf einstellen, auch hier ein paar rechtsphilosophische Fragen wie vor zwei Wochen. Aber ich bin nicht vielleicht ganz so durcheinander, dass ich hier merkwürdig rumsitze. Ich probiere heute gerade zu sitzen und mit euch folgenden Fall zu besprechen. Im Café Leidenschaft in Frankfurt gibt der Betreiber seiner Mitarbeiterin eine weiße Spraydose. Sie soll die verstaubte Lüftung des Kühlschranks damit reinigen. Aber in der Dose ist kein Reinigungsmittel, sondern ein Duftspray, das extrem entzündlich ist. Die junge Frau sprüht damit in den Kühlschrank. Es entsteht ein Gasgemisch. Der Startfunken reicht, um eine schwere Explosion auszulösen. Die Mitarbeiterin erleidet schwere Verbrennungen. Ein Gast wird von Scherben eines zerborstenen Fensters getroffen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Betreiber fahrlässiges Herbeiführen einer Sprengstoff-Explosion und fahrlässige Körperverletzungen vor. Im August 2022 sehen sich alle vor dem Frankfurter Amtsgericht wieder. Meine erste Frage ist, wer sieht sich da alles wieder? Da sehen sich wieder die Frau, die verletzt worden ist. Als Geschädigte? Ja, und als Nebenklägerin in diesem Prozess. Es hätten sich fast gesehen, der Angeklagte und ein weiterer Gast, der verletzt worden ist, der auf der Terrasse oder vor diesem Café saß. Es kam dann nicht dazu, kann ich schon mal vorne wegnehmen, weil er nicht befragt werden musste. Und, wie soll ich es jetzt diplomatisch sagen, es sehen sich auch diverse, sagen wir, Kolleginnen, die sich nicht so gut verstehen wieder. Damit meine ich mich und eine Kollegin einer Zeitung, mit der ich mich noch vor der Tür so schrecklich angelegt habe, wie es mir selten passiert ist. Weil ich fand, ich müsste dringend rechtsstaatlich sein. Und die fand das nicht so gut. Gut, das war jetzt meine spontane erste Frage, die ich hier aufgekomme. Das ist meine erste, die ich mir aufgeschrieben habe. Was ist ein Startfunken? Bitte was? Ein Startfunken. Das ist so ein Ding, was der Kühlschrank, wenn er immer wieder anspringt. Du hörst doch, dass der Kühlschrank immer wieder anspringt, wenn er wieder nachkühlt. Macht dein Kühlschrank das nicht? Zumindest habe ich es nicht als Startfunken. Naja, weil man ihn selten aufmacht und dann da reinglotzt und diesen Startfunken sieht. Ich bin auch nicht sicher. Ich bin jetzt kein Kühlschrank-Sachverständiger. Ich weiß jetzt nicht, ob der auch anspringen würde, wenn die Tür offen wäre. War der Kühlschrank ausgemacht? Nein. Das war ja das Problem, unter anderem. Gut, dann sind die Fragen, die ich hier habe, doch richtig. Weil ich hatte kurz Angst, dass ein Startfunken heißt, dass sie ihn doch ausgemacht haben. Nein. Warum nennen wir das Kaffee? Ach, einfach nur, weil ich, ach Gott, weil das Kaffee Leidenschaft halt irgendwie Leiden geschafft haben. Nein, keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay, es gibt keinen Grund. Ich mochte den Namen irgendwie. Mit aus Kaffee Leidenschaft wurde jetzt aber Kaffee Explosion, ha, ha, ha. Und es gibt das Kaffee auch nicht mehr. Wo war das? In Frankfurt, in Bornheim auf der Bergerstraße. Der Bergerstraße, ja. Okay, 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 stopp, stopp. Bevor ihr mir schreibt, ich glaube, es ist noch Nordend. Ich weiß nicht genau, wo da die Grenze verläuft. Merianplatz unten, Bornheimer Landstraße. Gab es vorher Auffälligkeiten mit diesem Kaffee? War das irgendwie ein Kaffee, wo man gesagt hat, das war klar, dass das immer da passiert? Nein, also ich, das wäre mir neu. Okay, da gab es jetzt kein Bias vorher irgendwie zu sagen, naja, das war eh schon shady. Ich habe jetzt hier Ablauf stehen, meine aber eigentlich Chronologie. Wo würdest du denn diese Woche in der Chronologie... Naja, also wie gesagt, meine persönliche Chronologie beginnt ja diesmal schon vorm Gerichtssaal, als ich mich so aufgeregt und angelegt habe. Ja, es gibt ja aber auch noch Chronologien, die noch weiter vorne sind, vielleicht von dem Tag, Arbeitstag, Frau, ganz normale Arbeiterin, wie lange hat die da gearbeitet? Die hatte einen Probetag dort, die hatte einen Probetag, die war den allerersten Tag da. Und auch den letzten Tag, weil das Kaffee gibt es nicht mehr. Deswegen? Ja. Okay, also was willst du, willst du Gerichtskronologie oder Lebenschronologie? Nee, ich würde Gerichtskronologie fast sagen. Dann hören wir jetzt mal zu, mit wem Heike sich fast geboxt hat. Mit der Kollegin. Mit der Kollegin, die vor dem Gerichtssaal meinte, auf so eine Art und Weise, wie ich sie nicht ausstehen kann, Entschuldigung. Mit Kollegin meinst du berufliche Kollegin? Ja. Weil wenn ich jetzt sage, ich habe mich mit einem Kollegen getroffen, dann könnte es auch ein fachfremder Typ sein. Also in meinem Alter ist das dann eine berufliche Kollegin, und vielleicht auch in meinem Geschlecht, mit der ich mich ja, das sind ja Zwangsgemeinschaften, die man dann so eingeht, wie das halt so ist bei der Arbeit. Wir stehen also jedenfalls vor der Tür, vor der Tür stehen auch die Frau, die verletzt worden ist und der Mann, der verletzt worden ist und noch irgendeine Zuschauerin. Und die Kollegin verwickelt diese Frau in ein Gespräch. Und diese Frau macht was, was halt Menschen machen, wenn sie persönlich betroffen von was sind. Sie fängt an zu erzählen. Es hat mich aber deshalb so empört, weil ich dachte, weiß die eigentlich, dass das morgen alles in der Zeitung steht, zum einen und zum anderen, weil sich es ehrlich gesagt nicht gehört, Zeugen vor dem Gericht zu befragen, bevor das Gericht es fragt, weil das Gericht erledigt das ja. Wenn man hinterher noch Fragen hat, kann man ja noch hingehen, aber man beeinflusst die doch damit. Ja, also irgendwie hat mich das empört. Das mag ja sein, dass es meine Kompetenz etwas überschreitet. Es mag auch damit zusammenhängen, dass ich mich mit dieser Kollegin nicht ganz so dolle verstehe. Und jedenfalls meinte ich, das sagen zu müssen mit den Worten, weiß sie eigentlich, mit wem sie redet. Daraufhin hat diese Kollegin den tödlichen Fehler gemacht. Sie hat mehrfach zu mir gesagt, jetzt komm mal runter. Und mit jedem jetzt komm mal runter, kam ich gerade nicht runter und hat mich geärgert. Und naja, also so ging das vor der Tür los. Das hatte jetzt für mich auch den Vorteil, ich wusste sozusagen vor der Tür schon, was die Frau hinterher erzählen würde. Jedenfalls so ein bisschen so, wie da halt gefragt wurde und so war es dann auch. Also so begann dieser Prozess für mich. Ich bin mit viel Puls da reingegangen. Ich glaube, diese Kollegin ist auch mit viel Puls da reingegangen. Ein bisschen hat mich gerettet, dass mich die Richterin gleich gefragt hat, ob ich die von dem Podcast wäre. Das hat zwar ein bisschen meinen Druck erhöht, weil ich jetzt Befürchtungen habe, sie hört zu. Hi. Aber das hat die andere Kollegin, weiß ich nicht, was es mit ihr angestellt hat. Mir hat es gut getan in dem Augenblick. So, das sind meine persönlichen Befindlichkeiten in diesem Prozess. Ja, Heikes innerer Mic Drop konnten wir jetzt gerade hören. Es ist wirklich manchmal schwierig, diese Distanz da noch zu wahren und sich nicht zu sehr einnehmen zu lassen von diesem System Justiz, das ich ja prinzipiell gar nicht schlecht finde. Aber es ist natürlich nicht mein Job, irgendwelche Journalisten da zu bremsen. Das ist jetzt aber auch nicht verboten, oder? Ich fand es unmöglich, weil ich dachte, die Frau weiß nicht, dass sie am nächsten Tag in dieser Zeitung steht, in der sie vielleicht nicht stehen möchte. Wie einfach auch immer jeder weiß, wenn man sagt, diese Zeitung, welche Zeitung gemeint ist Ich habe sie aber nicht genannt. Ja, ja, aber es erledigt sich bei solchen Methoden, glaube ich. Ja, trotzdem, ich habe trotzdem hier noch meine Fragen mit dem Ablauf stehen. Kannst du mir erzählen, wie dieser Tag abgelaufen ist? Die macht einen Probetag, die geht da hin, dann arbeitet, wie lange hat die schon gearbeitet an dem Tag? Drei, vier Stunden? Weiß ich nicht. Wie viel Uhr war das? Es war um 16.10 Uhr. Ist das passiert? Um 16.10 Uhr hat die die Flasche überreicht und kurz danach ist es passiert. Warum wissen die das so genau? Es stand in der Anklage. Okay, aber die wussten ganz genau, hier, ich habe dir um 10 A4 die Flasche gegeben. Ja, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass dieser Mann, jedenfalls nach Auskunft seines Verteidigers, an diesem Tag bei der Physiotherapie war, der hatte nämlich einen Bandscheibenvorfall. Das sage ich deshalb, weil der Verteidiger sagt, das spielt eine Rolle, deswegen wollte der sich nicht bücken, um in diesen Kühlschrank da, um sich da um diesen Kühlschrank zu kümmern und deswegen hat er die Mitarbeiterin gebeten, weil der hat Rücken. Das ist jetzt auch nicht ungewöhnlich, eine Mitarbeiterin den Kühlschrank reinigen zu lassen. Das fand die Richterin schon. Die Richterin hat wie eine Juristin gefragt. Die hat sofort den Angeklagten gefragt, Moment mal, was war das hier für eine Mitarbeiterin? Der hat gesagt, Probetag. Die Richterin sagt, ja und wie ist man da verblieben? Und dann sagt der Angeklagte, gar nicht. Und dann sagt die Richterin, das ist wieder einer dieser Prozesse, wo ich schön mitgeschrieben habe, wie du merkst. Aber wie ist man da verblieben? Ja, ich sag's dir, ich sag's dir. Die Richterin hat gefragt, ja, es muss doch irgendeinen Arbeitsvertrag gegeben haben. Und der sagt, nee, gab keinen Arbeitsvertrag. Und die Richterin, ja, aber man muss doch erstmal einen Arbeitsvertrag machen. Und er sagt, nee, aber in der Gastronomie ist das nicht so. Und die Rieterin sagt dann, und ich dachte, das ist typisch für Juristen, Ah, dann war das ein mündlicher Vertrag, den sie da abgeschlossen haben. Und wie ist es denn mit Urlaubsgeld, Krankengeld und was sollte die Frau überhaupt arbeiten? Daraufhin sagt der Angeklagte, ja, die war Servicekraft, sagt die Richterin. Warum muss sie denn dann den Kühlschrank putzen? Sagt der Angeklagte, das ist ganz normal. So fliert der Verteidiger, liegt an deinem Bandscheibenvorfall. Hat der gesagt, ja, es ist doch, weil ich einen Bandscheibenvorfall hatte. Warum spielt denn das eine Rolle? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Jetzt könnten wir der Richterin unterstellen, dass sie da ein bisschen fürsorglich ist und denkt, ey, nutz mal die Frau nicht aus. Jo, aber das steht ja hier nicht zur Verhandlung. Steht nicht zur Verhandlung. Steht nicht zur Verhandlung, ja. So, der Ablauf ist so, der Kühlschrank scheint aber dreckig. Der Kühlschrank scheint dreckig zu sein. Er hat überhitzt auf 30 Grad. Der Angeklagte hat über seinen Verteidiger erklären lassen, er sei da auf dem Rückweg vom Physio gewesen und dann habe die angerufen. Und er hat gesagt, er ist gleich da. Und dann sind sie zusammen, so sagt der Verteidiger, dann sind sie zusammen in den Nebenraum gegangen, in dem diese diversen Flaschen standen. Und dann hat er zu ihr gesagt, und damit unterscheidet sich das von der Anklage, sie soll den Kühlschrank putzen und wenn nötig mit einer dieser Flaschen ihn auspusten. Also der sagt, die hat die Flasche sich genommen. Die Anklage sagt, du hast der die Flasche gegeben. Und jetzt kommt die Richterin und fragt halt. Ja, genau, ich frage jetzt auch. Okay, frag mal. Either way, reinigt sie das ja? Ja. Das heißt, egal ob sie es selber genommen hat oder von ihm in die Hand bekommt? Nein, ist ein Unterschied. Hat die nicht gedacht, ich schaue da trotzdem auch nochmal drauf, was das für ein Reinigungsmittel ist? Sie sagt ja, der hat mir das in die Hand gegeben und hat gesagt, nein, und hat gesagt, das hat sie nicht getan. Warum? Warum kann ich dir nicht beantworten? Sie hat es halt nicht getan. Und deswegen ist es jetzt seine Schuld. Das heißt, wenn ich dir aus Versehen irgendwas Falsches gebe, dann bin ich der Schuldige. Ist jetzt nicht doppeltchefmäßig. Ja, weil die Staatsanwaltschaft sagt, der hat als Chef dieses Cafés eine bestimmte Fürsorgepflicht. Und weil er diese Fürsorgepflicht als Arbeitgeber hat, also diese besondere Fürsorgepflicht, muss der auch gucken, was gebe ich der eigentlich für ein Reinigungsmittel, mit dem die dann hinterher hantiert. Oder umgekehrt, ich muss wissen, mit welchen Reinigungsmitteln hantiere ich hier eigentlich. Vielleicht trotzdem für die Zukunft zu denken, es bleibt trotzdem möglich. Wenn ich jetzt ein Reinigungsmittel von jemandem bekommen würde, der macht das damit, dann würde ich das trotzdem in der Hand haben, ich würde automatisch da drauf hucken. Weil Fehler passieren. Ja. Fehler passieren. Und dann kann man ja auch dann, man benutzt das doch auch. In der Nutzung fällt ja auch auf, ist das jetzt ein Reinigungs- oder ein Duftspray? Und ein Reinigungsspray sind doch zwei völlig verschiedene Sachen. Ja. Das ist nicht aufgefallen. Ja, nein, sonst wäre das ja nicht passiert. Okay, gut. Das heißt, der sagt Reinig das, ich komme von der Physio, bla bla bla. Die macht den sauber, den Kühlschrank. Die macht den sauber und sprüht da rein. Während der an ist. Während der an ist und sprüht da rein. Das ist ja schon mal eine Frage, warum macht man den nicht aus? Ach, das würde ich auch machen. Also das könnte mir auch passieren. Gut. Aber diese Frage ist, kann ich dir sagen, nicht gestellt worden in diesem Prozess. Warum hast du es eigentlich nicht ausgemacht? Das interessiert die nicht. Nein. Aber ich muss zugeben, ich weiß auch nicht, ob ich auf diese Frage gekommen wäre. Das wäre zumindest nicht passiert, wenn er ausgewiesen wäre, oder? Ja. Wäre ich sicherer, einen Kühlschrank umtreinigend zu machen und den voraus zu machen? Jetzt kann ich nicht sagen, ob es dann passiert wäre. Also da ist ja so ein Gasgemisch entstanden. Ein Propan-Butan-Gemisch. Aus dem Duftspray. Mit hochexplosiven Aerosolen. Ich möchte bitte loswerden, was ich mir hier drauf geschafft habe. Aber so, ja. Ne, das war es schon. Ich wollte das nur mal gesagt haben. Soll nicht heißen, die weiß wieder nichts. Ich weiß nicht, ob diese Anekdote das ändert. Scheiße. Es ist ja eigentlich ein normaler, also für die Richtige vielleicht nicht, tut mir leid. Für mich ist jetzt noch kein unfassbarer Vorgang. Da ist ein Typ, der sagt reinigen den Dings, greift das falsche Mittel, sie benutzt das. Wenn die beiden jetzt zu mir kommen würden, würde ich sagen, boah, was macht ihr beiden denn? Scheinbar ist es ja hier bei hier so eher so, dass sie nur fragen, was machst du denn? Ey, das habe ich nicht verstanden. Wenn die beiden jetzt zu mir kommen würden und sagen, ey, was ist die Folgen, dass das passiert? Ja. Dann wäre meine Antwort, ey, was macht ihr beiden denn? Die Antwort, die scheinbar die Justiz stellt, ist eher, was machst du denn? Die Justiz hat zunächst gegen die Frau ermittelt. Die Justiz hat zunächst gegen die Frau ermittelt. Die war am Anfang Beschuldigte in diesem Fall. Was hätte sie denn angeblich vorhaben sollen? Gar nichts hätte sie vorhaben sollen. Hier geht es nur um Fahrlässigkeit. Hier geht es um keinen Vorsatz. Hier geht es nur um Fahrlässigkeit. Es geht um die Explosion. Ja. Ja, klar. Die dann halt auch noch Auswirkungen hat auf sie und aber auch auf andere Leute. Das heißt, wer hat diese Explosion? Das ist das, was die Justiz wissen will. Ja. Die Justiz hat hier ein explodiertes Kaffee, einen beschädigten, benachbarten Friseursalon und zwei Verletzte. Jetzt hast du es gesagt, ein explodiertes Kaffee. Was für Ausmaße hatte diese Explosion? Naja, die hatte jedenfalls so viel Ausmaße, dass dieses Kaffee am Ende geschlossen hat. Gut, das mag auch damit zusammenhängen, dass es diesem Mann nicht gut ging und so weiter und so fort. Und was hat es für Auswirkungen bei ihr gehabt? Bei wem? Bei ihr. Die Frau. Ach so, die hatte Verbrennungen zweiten Grades. Das sind Verbrennungen, die, habe ich auch nachgeguckt, die binnen zwei Wochen heilen und keine Narben hinterlassen. Das klingt relativ harmlos. Aber die Frau war ja als Zeugin dann nicht nur befragt von der Kollegin, sondern auch von der Richterin im Prozess. Und da hat sie Folgendes erzählt. Da hat sie gesagt, sie hat Verbrennungen im Gesicht, am Hals, an beiden Armen und an den Waden gehabt, weil sie Shorts getragen hat an diesem Tag. Die ist dann in die Spezialklinik gekommen, die ist dann in die Spezialklinik gekommen, nach Offenbach für Brandverletzte. Sie hat wie eine Mumie ausgesehen, war halt dann bandagiert. Diese Verbände mussten jeden Tag, mussten also die Wunden gesäubert werden, eingecremt werden, neu verbinden. Die Frau ist Diabetikerin, deshalb dauert bei der die Wundheilung länger. Ja, es hätte ziemlich lange gedauert, bis das alles verheilt war. Sie hat von fünf Monaten gesprochen. Was für sie sehr schlimm war, war, dass ihr Haare vorne, die waren abgebrannt und die haben sie dann in der Klinik abgeschnitten, um zu gucken, ob unten drunter noch Verletzungen sind. Das wäre furchtbar für sie gewesen, diese abrasierten Haare. Die Augenbrauen waren weg, die Wimpern waren weg. Am Ende sind keine Narben geblieben, aber das war schon ein schmerzhafter Weg. Und ich finde, das klingt nach mehr als, joa, das sind halt Verbrennungen, die heilen nach zwei Wochen, dann hinterlassen keine Narben. Ehrlich gesagt bin ich überrascht, dass es so wenig ist, in Anführungszeichen. Die hat Glück gehabt. Wollte ich gerade sagen. Weil wenn der benachbarte Friseursalon davon noch was mitkriegt und du bist direkt dort im Zentrum. Weil die Druckwelle so krass ist. Ja, dann ist es schon so, dass man sagen kann, toi, 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 dass du wenigstens nicht... Aber weißt du, der Verteidiger ist dann hergegangen und hat gesagt, ich habe hier immer Fotos von der von damals. Nämlich so WhatsApp-Fotos. Und das stimmt gar nicht, dass die so verletzt war. Und sie hat dann gesagt, ey, das sind uralte Fotos von mir, die sind irgendwo entstanden. Aber weißt du, man hat ja auf WhatsApp nicht immer das aktuellste Bild. Also das war nicht so besonders freundlich. Das war auch nicht gut verteidigt. Ich hätte ehrlich gesagt diesen Typ gerne verteidigt. Weil ganz im Ernst, wie unterstellen wir dem denn jetzt irgendwie ein Fehlverhalten? Das heißt, im Endeffekt darf ich nicht jemandem außersehen ein falsches Reinigungsmittel reichen. Das heißt, ich muss immer davon ausgehen, dass der Rest um mich herum unglaublich nachlässig ist. Also ich muss Glück haben, und das hat er gehabt. Ich muss Glück haben, dass ich eine Staatsanwältin in dem Fall habe, die das ähnlich sieht. Die also die Vorwerfbarkeit dessen, was der da gemacht hat, auch als nicht so besonders hoch angesehen hat. Und ich weiß auch nicht, wieso es da so ratsam ist, zu sagen, nee, die hat aber die Flasche genommen. So ist es. Kann doch ehrlich gesagt passieren. Also wirklich. Mir hätte das auch passieren können. Ja, und dann wärst du vielleicht darauf angewiesen, dass ich nochmal kurz auf die Flasche schaue. Das ist ja eigentlich eine Teamarbeit. Und das ist einer dieser Fälle, wo ich dann immer denke, ja, so nah ist das, so schmal ist der Grad. Wann es dich selber auch mal erwischen kann. Und weshalb es gut ist, dass Staatsanwaltschaften und Gerichte sich da doch ein bisschen genauer angucken. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn mir das passiert wäre, wenn nicht die Frau, ich wäre ehrlich, ich wäre wahrscheinlich mehr sauer auf mich. Also hier war es leider so, und das war halt auch ein bisschen ungeschickt, dass dieser Mann verschwunden ist danach. Der war nicht mehr auffindbar, auch nicht mehr für die Justiz. Der hat keine Adresse, nichts hinterlassen. Er selber sagt, deswegen ist, das Ganze ist ja 2017 passiert und ist fünf Jahre später erst verhandelt worden. Was damit zusammenhängt, dass die Justiz diesen Mann da irgendwie, warum auch immer, nicht gefunden hat. Und er hat halt gesagt, dass es ihm halt nicht gut ging danach und dass ihn auch die Frau verlassen hat mit den vier Kindern und so. Die wären fast 30 Jahre zusammen gewesen, dann hätte er halt Depressionen bekommen, dann hat er sich zurückgezogen. Dann hat er kurz danach... Er hat ja mal zurückgezogen, wohin denn? Ja, erst mal war er ja wohl erreichbar, aber zunächst war ja die Frau die Beschuldigte. Zunächst war die Frau die Beschuldigte. Wann hat sich das geändert? Das kann ich nicht genau sagen. Es muss eine Weile gedauert haben. Ganz ehrlich, die Justiz, diese Fälle, das dauert ja immer relativ lang, bis die ermittelt sind. Weil die nicht so eine akute Akut halten. Genau, weil die Sachen... Was ist denn das akut, wie substantiv und akut? Weiß ich jetzt auch nicht. Also weil Sachen Vorrang haben, wo die Leute in Haft sitzen. Du kannst die Leute ja nicht ewig in Haft vergammeln lassen. Ja, also vergammeln nicht. Entschuldigung, ich ziehe es sofort zurück. In Haft sitzen lassen. Das heißt, diese Fälle haben immer Vorrang, weil sonst geht das Oberlandesgericht her und lässt die aus der Haft raus. Nämlich bei der nächsten Haftprüfung, weil sie dann sagen, alle sechs Monate wird geprüft, weil sie dann sagen, hier in diesem Verfahren passiert nichts mehr. Und es gibt die Unschuldsvermutung, du kannst die Leute nicht einfach in Haft sitzen lassen. Das führt dazu, weil ja nicht genügend Leute da sind, führt das dazu, dass solche Fälle ewig lang liegen bleiben. Und dass es einfach dauert, bis die ermittelt werden. Wer hat dann dem Friseur die neue Scheibe bezahlt, wenn das alles sich so lange zieht? Also es hat ein Zivilurteil gegeben, so viel kann ich sagen, dass dieser Gast, der da draußen saß, erwirkt hat. Das hat einen Vergleich gegeben, also damit kein Urteil. Es hat einen Vergleich gegeben und der hat diesem Gast jedenfalls 1200 Euro bezahlt. Ich würde jetzt mal hoffen, dass es in diesem Prozess nicht erörtert wurde, aber ich würde jetzt mal hoffen, dass der Mann gut versichert war und es dann die Versicherung übernommen hat. Der Regel zahlt ja sowas eine Versicherung. Ja, ich fand es nicht schlecht, wenn du so einen Kaffee aufmachst, da kann ja noch andere Sachen passieren. Ja, also bei dem war es jedenfalls so. Der hat dann, wie gesagt, das Ganze ist 2017 passiert. Ein Jahr später hat er dann das Tower-Café für alle, die sich auskennen, am Flugplatz in Bonnames. Das ist ein alter US-Flugplatz, der eigentlich ein schönes Naherholungsgebiet geworden ist. Also dieses Kaffee hat er übernommen, dann kam Corona, dann kam Kurzarbeit und am Ende hat er es dann abwickeln müssen. Seitdem lebt er von ALG2. 4. 2, 2, 2, ALG2. Ich habe es mit Hartz IV eben in meinem Kopf verwechselt. Okay, okay. ALG2. Also das heißt, der Mann ist in Depressionen verfallen, es gibt nichts, was ihn da und es scheint mir eher nur rumgehangen zu haben und hat auf nichts mehr reagiert und war halt nicht auffindbar. Wahrscheinlich hat er sich nicht umgemeldet, aber das spekuliere ich jetzt die alles so vor mich hin. Ist es ein Unterschied, dass er Betreiber ist und nicht auch ein weiterer Angestellter? Wäre das eine andere Geschichte gewesen, wenn ein Arbeitskollege von ihr, ein beruflicher Kollege, ihr diese Dose gegeben hätte? Weil du als Arbeitgeber eine besondere Fürsorgepflicht hast. Das hat ja aber dann scheinbar hier nicht ausgereicht. Was? Dass es einen Unterschied macht. Achso, du meinst, weil das Verfahren eingestellt worden ist. So hast du die ganze Zeit jetzt gesprochen. Ja, 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 ist es. Ja, ja, ich wusste, ich versuche nur die Frage zu verstehen. Ja, das ist eingestellt worden. So was muss die Staatsanwaltschaft beantragen, das hat sie auch beantragt. Weil sie selber gesehen hat, die Wahrscheinlichkeit ist hier diese berühmte 50 plus 1-Regel oder was? Nee, weil sie gesagt hat, dass das, was man dem Mann vorwerfen kann, ist auf so niedriger Stufe. Und das müssen wir jetzt nicht ausverhandeln bis zur allerletzten Frage. Weil da kommt ganz wenig bei raus. Also bieten wir dem an, komm, wir stellen das Verfahren ein und du zahlst 1000 Euro an diese Frau. Weniger als an den anderen, Johnny. Und das, ja, daraufhin, der hat 1200 bekommen. Daraufhin hat sie sich eingelassen. Der andere hat der Kollegin vor der Tür erzählt, dass er eigentlich nur eine Entschuldigung von ihm wollte. Und der habe sich nie, nie entschuldigt. Und dass er wolle nur eine Entschuldigung hören. Jetzt hat er sie leider auch nicht gehört. Ja, aber das beschäftigt mich jetzt auch ein bisschen. Warum kriegt der eine, dem weniger passiert ist, mehr als derjenigen, der wirklich viel passiert ist? Ich würde einfach mal spekulieren, weil der besser verhandelt hat. Weil das eine Zivilrecht war und das andere ist halt Strafrecht. Das eine ist ein Vergleich, da haben sich zwei Privatparteien sozusagen verglichen. Und in dem anderen hat... Kann sie Frau Bauer noch machen? Die kann das jetzt auch noch machen. Das wird sie aber nicht machen. Das hat sie schon gesagt. Sie will damit nichts mehr zu tun haben. Aber wenn ich jetzt... Wie geht es der Frau? Aktuell geht es... Ist es so, also... Also die hat gesagt, das geht wieder. Man hatte ja vor der Tür nicht den Eindruck, dass es ihr so richtig gut geht. Sondern eher den Eindruck, dass sie das total beschäftigt. Und dass die... Ja, äußerlich erstmal... Äußerlich hat man überhaupt nichts gesehen. Und sie hat auch gesagt, keine Narben da. Kann auch weiterhin selber zu Kühlschränken gehen und so. Ja, also ich... Sie hat nichts erzählt, dass sie das nicht könnte. Und sie hat auch nicht den Eindruck gemacht. Sie hat auch gesagt, dass es in Ordnung, ähm, da es sich über Jahre hinweggezogen hat und so. Sie ist gefragt worden, warum hat sie denn keinen Kontakt aufgenommen? Nicht auch irgendwie was eingeklagt, sonst irgendwas, ne? Und sie hat gesagt, nee, ähm... Ach, die hat gar nichts gemacht? Nein, der Angeklagte hat versucht, zu ihr Kontakt aufzunehmen, hat sie erzählt. Und darauf hat sie aber nicht reagiert, weil sie sagt, das war der letzte Mensch, mit dem ich in Kontakt treten wollte. Und, ähm, und ihr Anwalt habe ihr geraten, nicht darauf zu reagieren. Und dann seien die Jahre ins Land gezogen. Und sie hätte gedacht, nee, also, lass bleiben. Auch merkwürdig. So hat sie das erzählt vor Gericht. Finde ich auch ein bisschen merkwürdig. So hat sie das vor Gericht erzählt, ja. Dann denkt man, ja, das ist halt passiert, jetzt bin ich hier komplett verbrannt, meine Güte. Naja, so komplett ist sie ja Gott sei Dank nicht verbrannt. Ich meine, das war schlimm. Ja, aber sie war in der Spezialklinik, sorry. Ja, sie war in der Spezialklinik. Und ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Man lächelt da vielleicht drüber, aber das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, wenn die Haare so weg sind. Also, da bist du ja auch so, bitte? Noch nicht jahrelang. Naja, also, ich wollte es nicht mal zwei Wochen haben, ehrlich gesagt. Nee, aber das ist ja, ich finde trotzdem, das ist merkwürdig, dass man da keinen Impuls hat zu sagen, wird das irgendwie aufgeklärt oder nicht. Also, sie hat ihn, ich weiß nicht, ob sie den nicht gehabt hat. Wie gesagt, vor der Tür klang sie ganz anders, als dann im Gerichtssaal. Da hat sie zu verstehen gegeben, dass sie, jetzt ist gut. So nach dem Motto. Ich will noch kurz was korrigieren. Bitte. Weil man das ja googeln kann. Also, ich habe mich hier verguckt. Das ist 2016 passiert. Und die Anklage ist von 2017. Und ich korrigiere, oder ich präzisiere, dieses Kaffee gibt es noch. Aber es wird nicht mehr von diesem Mann betrieben. Der hat es sofort aufgegeben danach. Jo. Das ist jetzt auch nicht die, äh, ändert nicht viel. Nein. An der Situation, weil ich habe jetzt hier, ich habe jetzt schon zu dir gesagt, ich würde da gerne allgemein mal drüber sprechen. Ich bin ehrlich gesagt erleichtert, dass der, obwohl, warum muss der 1000 Euro zahlen? Nochmal. Weil er, es ist nur diese Betreibergeschichte. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ein Kollege von ihm gewesen wäre, wäre ich raus gewesen aus der Sache. Nee, das glaube ich nicht, dass du dann raus gewesen wärst. Das heißt, ich darf nicht mal jemandem ein falsches Reinigungsmittel aus Versehen geben. Es gibt jetzt niemanden mehr ein Reinigungsmittel, wenn mich jemand fragt. So, meine Güte, keine Ahnung, Alter. Guck du selber, guck du selber. Das ist ja so, was ist denn das für ein Zeichen? Ach, naja, also. Ja, nix, naja. Doch. Nee, er hat ein falsches Reinigungsmittel gegriffen, meine Güte. Ja, deswegen hat er ja auch, deswegen ist dieses Verfahren ja auch. Trotzdem muss er 1000 Euro zahlen, so. Ja. Trotzdem ist er vor Gericht. Es ist eingestellt worden wegen geringer Schuld. Naja, ich wage mal die These. Aber Schuld. Warte, ich wage mal die These. Wenn dieser Mann auffindbar gewesen wäre, wenn man mit dem hätte reden können, dann hätte der vermutlich, das behaupte ich jetzt einfach mal, einen Strafbefehl gekriegt und dann wäre er auch bestraft worden. Ja, aber es hätte kein Gerichtsverfahren gegeben und dann wäre das mit einer geringen Geldstrafe zu Ende gegangen, behaupte ich mal. Oder vielleicht wäre er auch nur verwarnt worden. Ja, weil das ist ja eigentlich eine harmlose Alltagssituation. Ja, deswegen hat die Staatsanwältin ja auch beantragt, dieses Verfahren einzustellen. Aber, und deswegen die 1000 Euro, wegen geringer Schuld mit einer Auflage. So nach dem Motto, ans nächste Mal passt er auf. Weißt du, was das Problem ist? Es hat niemand diese Frau gefragt, warum hast du nicht selber nochmal auf dieses Ding da geschaut. Das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich gehe jetzt zu einem Kumpel und gebe dem irgendwas und sage, hier, ess das. Dann kann der sagen, ja, mache ich. Der hat ja gesagt, ich soll das essen. Nee, nee, das ist doch was anderes. Die war doch in einem Abhängigkeitsverhältnis. Der Mann war ihr Chef. Ja, aber deswegen habe ich doch gerade... Nein, 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 nein. Ihre Aufgabe war es, das hat sie gesagt, zur Servicekraft. Ich bin zwar keine Putzfrau, aber gehört schon dazu, dass ich sowas mache. Aber habe ich doch gerade gefragt. Das heißt, du hast gerade, als ich dich gefragt habe, wenn ich einfach nur der Arbeitskollege gewesen wäre, hätte ich auch Probleme bekommen. Das heißt, ich habe dich gefragt, wenn ich einfach auch Angestellter von diesem Kaffee wäre. Weil du hast vorhin zu mir gesagt, es ist wichtig, dass er der Betreiber ist. Für Sorge, blablabla. Wenn ich jetzt aber einfach der Arbeitskollege bin, der auch arbeitet. Und die kommt zu mir und sagt, hier, der Pedro hat mich gefragt, ob ich den Kühlschrank reinigen kann. Gib mir mal das Reinigungsmittel. Dann bin ich im Stress, weil ich gerade irgendwann am Handy rumhänge. Sag ich, ja, ja, hier. Dann habe ich irgendein justiziables Verhalten begangen. Also ich glaube schon, wenn du im Stress bist und in deinem Handy rumhängst, statt da drauf zu gucken, ob du dem auch ja das Richtige gibst, weil das ja gefährlich ist und weil du ja wissen kannst, wenn man mit einem Raumduftspray in einen Kühlschrank sprüht, dann kann das gefährlich werden. Ehrlich gesagt, wusste ich das nicht. Wusstest du das? Also ich wusste das nicht so genau, aber ich finde schon, dass man auf die Idee kommen kann, wenn man in ein elektronisches Gerät, elektrisches Gerät, ich weiß nicht den Unterschied, wenn man da was reinsprüht, dass da was passieren kann, auf die Idee kann man schon kommen. Warum? Weil da Strom drin ist. Ich mache doch meinen Fernseher mit Glasreiniger sauber, ich mache meinen Kühlschrank auch manchmal mit Reinigungsspray sauber. Aber da ist doch nichts Offenes, wo du das da reinsprühst, außerdem machst du Glasreiniger. Ja und genau, die Expertise verlangst du jetzt, dass man weiß, ja Glasreiniger geht, Duftspray nicht. Duftspray? Also. Ehrlich gesagt, hätte ich gedacht, dass Duftspray harmloser ist als Glasreiniger. Also die Wahrheit ist. Duftspray, wenn ich war auf Toilette, ich nehme mein Febrästeug, kann man jetzt einfach sagen. Guck mal, ich bin ja. Dann muss ich davon ausgehen, oh Gott, hoffentlich ist der Rasierer nicht an, nicht, dass der explodiert. Nein. Nein. Ich schmeiße sofort mein Duftspray von zu Hause weg, Alter. Ja, das ist sowieso, Duftspray stinkt, so geht es schon mal los. Nein. Doch. Nein, dieses Vanillezeug ist super. Boah. Boah. Ey. Doch, Beste. Ich bin großer Duftspray und duftige, noch besser ist ein Diffuser mit diesen Ölen. Du machst dir so ein Ding dahin, dann machst du da rein. Boah, das riecht so künstlich. Nein, das riecht nach Eukalyptus. Da denke ich, ich werde den ganzen Tag in der Sauna, Alter. Supergeil. Da kannst du auch so Naturzeugs nehmen. Was für ein Naturzeugs? Soll ich mir einen Panda-Bären kaufen? Nee, so ein Öl. Ja, habe ich doch gerade gesagt, Öl und Diffuser. Heike. Fasse ich nicht auf oder was? Also ich möchte jetzt mal sagen, ich möchte jetzt mal sagen, ich habe keine Ahnung von Chemie. Nee, ich weiß nicht. So, und das ist aber, da kommen wir noch wieder zu dem Punkt. Das kann doch der Staat nicht von dir verlangen. Ich weiß nicht, wodurch dieses, ich will nur sagen, doch schon. Nein. Ich weiß nicht, wodurch dieses Gemisch entsteht mit diesen hochexplosiven Aerosolen. Es geht doch nur darum, das musst du auch nicht. Der Typ kann sogar davon ausgehen, selbst wenn der Typ gesagt hätte, der Kühlschrank stinkt, sprüh da jetzt Duftspray rein. Selbst dann wäre der für mich noch nicht zu Belang. Woher soll ich das denn wissen? Weil ich... Ja, du gefährliche Aerosole. Nee. Als hätte ich da mal zuhört. Ich glaube, ich auch nicht, wie du merkst. Also. Ich auch nicht, wie du merkst, aber ich kann doch auf die Idee kommen, dass, wenn ich mit einer, das weiß ich doch, wenn ich mit einer Flasche, mit einem Spray, es geht um den Spray, glaube ich. Das ist doch egal. Nein, das ist nicht egal. Doch. Weil, nehme ich bei deinem Glasreiniger-Beispiel, sprühst du nicht mit irgendeinem Zeugs. Wenn wir beide jetzt hier auf die Straße gehen und fragen 50 Leute, was passiert, wenn ich mit Duftspray und Kühlschrank... Ich habe Umfragen. Aber das sind keine Umfragen, das sind wissenschaftliche Stichproben. So, und die wehrten wir dann aus. 50 von diesen Leuten, von den 50 Leuten, wissen vielleicht 5, Max, und das ist sehr wohlwollend gerechnet, von irgendwelchen gefährlichen Aerosolen. Dann kann ich das doch nicht von dem verlangen. Oder, oder, und das ist jetzt ein Aber, ist das Teil von irgendwelchen Kursen, die Gastronomen machen müssen. Bin ich Gastronomin? Nee. Also, nein, Quatsch. Deswegen gehe ich maximal einmal profil mit aufs Vorgericht, weil ich würde da ausflippen und genau diese Fragen stellen. Sagen, woher soll der arme Kerl das denn wissen? Oh, Basti, wer so Gerichtshow-mäßig blärrt von hinten rein, oder wie? Genau. Erinnerst du dich noch, als die andere mit dir war, habe ich dich gefragt, Heike, darf ich hier auch was sagen? Dann hast du gesagt, nein, nein. Auf gar keinen Fall, bitte nicht. Dann hast du gesagt, das darfst du nicht, das fand ich aber schade, weil ich glaube, ich hätte dem Typ, es ging damals um den, der aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, ich glaube, ich hätte dem helfen können. Hat sich ja dann am Ende auch rausgestellt. Leider durfte ich es nicht sagen, das ist für mich nicht so einfach auszuhalten. Das ist für keinen einfach auszuhalten. Und für mich ist es auch nicht einfach auszuhalten, dass hier niemand diese Frau gefragt hat, warum hast du nicht auf dieses Duftspray geschaut? Und wir tun alle so, als wenn der Betreiber natürlicherweise wissen muss, dass wenn man ein Duftspray in einen Kühlschrank sprayt, dann eine Explosion entsteht, dass irgendein benachbarter Friseurladen noch Schaden davon trägt. Also warte mal. Wer soll denn das wissen? Ich behaupte, ohne es zu wissen, behaupte ich, in einer anderen Sendung sagt ihr immer, schreibt mal unten in die Kommentare. Sagen wir aber nicht, ihr schreibt einfach gar nicht. Doch lasst mal ein Like da auch für die YouTube-Folge. Ja, das könnt ihr gerne machen. Likes nehmen wir gerne. Also ich behaupte, ohne es zu wissen, dass es eine Rolle spielt, dass wir es hier mit einer Spraydose zu tun haben. Und deswegen hinkt dein Glasreiniger-Beispiel. Weil beim Glasreiniger habe ich keine Spraydose. Du weißt nicht, was ich für einen Glasreiniger habe. Aus einer Spraydose gibt es keine Glasreiniger. Nee, nee. Ich habe einen LCD-Fernseher-Oberflächenreiniger, der ist ja aus einer Spraydose. Da kommt ein Schaum raus und dann freue ich das über den Fernseher. Aber das ist das Glasreiniger, weil Glasreiniger ist reiner Alkohol. So. Guck mal. Allein die Diskussionen jetzt zeigen, never ever finde ich, dass man voraussetzen kann, dass man das so will. Ich weiß auch, dass es jetzt wieder unpopulär ist. So, die Frau ist verbrannt. Natürlich unglücklich. Das ist für mich einfach eine unglückliche Situation. Es ist ja auch unglücklich, deswegen ist es wegen geringer Schuld eingestellt worden. Aber trotzdem redet hier jemand irgendwo von Schuld. Und meiner Meinung nach liegt die nicht bei diesem Typen. Sondern? Sabatron Schuld. Ein bisschen, ja. Ja, finde ich schon. Nein, 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 nein. Ich sage das nur in dem theoretischen Gebilde, was ich aufgemacht habe, wie wenn ich auch ein Angestellter wäre. Das mit dem Betreiber, das verstehe ich. Da ist ein Typ und wenn du denkst, okay, da ist der Chef und er sagt, mach das, dann hast du wahrscheinlich eher so ein Blockade im Kopf, du denkst, okay, der ist mein Chef, ich bin in der Probearbeitung, ich will mich gut zeigen. Ich mache das jetzt, was er sagt, auch wenn ich es anzweifle. Vielleicht will er einfach, dass der Kühlschrank gut riecht. Ich hinterfrage den jetzt mal nicht, dass er denkt, ich wäre ein sehr anstrengende Angestellter. Verstehe ich. Wenn ich aber auch der Angestellte bin. Warte, jetzt habe ich die Antwort. Das war das Stichwort. Die hat einen Probetag gemacht. Und weil die einen Probetag gemacht hat, das hat sie doch auch gesagt. Und weil sie einen Probetag gemacht hat und unbedingt diesen Job haben wollte, hat die natürlich gemacht, was man ihr gesagt hat. Das habe ich doch gerade erklärt. Wir reden hier die letzten fünf Minuten gar nicht mehr darüber, sondern rar rüber, wenn ich auch ein Angestellter wäre und eben nicht diese Fürsorgepflicht habe. Das hatte ich gehofft, ich wäre raus aus der Nummer. Und du sagst ja, natürlich kriegst du dann Probleme, wenn du irgendeine Arbeitskollegin die falsche Sprühflasche gibst. Das bin ich mir gar nicht sicher. Aber es gibt ja schlaue Menschen. Die könnten wir ja mal anrufen. Machen wir es wie vor zwei Wochen. Wir nehmen ihn jetzt dann mit in den Zuschauerraum. Unbedingt. Lossi Bossi. Klaus Strescher ist auch falsch. Wir haben gerade für Lossi, ich hatte mal eine Melodie. Ich habe die vergessen, jetzt bin ich fertig im Melodien-Dschungel. Lass mal, noch. Heike Borufka, Basti Red, Lossi Bossi, Verurteilsstaffel 7 gegen Ende. Könnt ihr schon mal sagen, wir werden dich jetzt nicht mit irgendwelchen blutrünstigen Dingen nerven, aber mit einer Frage, die sich uns gestellt hat, beziehungsweise die sich mir gestellt hat, und über die Heike und ich jetzt schon seit zehn Minuten diskutieren. Aber wir müssen ihm, glaube ich, erst sagen, worum es geht. Also, es geht um einen explodierten Kühlschrank in einem Café. Der Kühlschrank ist deshalb explodiert, weil der Chef der Mitarbeiterin den falschen Spray in die Hand gedrückt hat, um diesen Kühlschrank zu reinigen. Basti, schüttel den Kopf. Nee, das ist nicht die Frage, die ich gestellt habe. Ja, aber wir müssen ihm doch erst mal den Fall erzählen, wie er angeklagt ist. Wieso denn? Ich würde ihm jetzt einfach die Frage stellen. Okay. Vergiss, was ich gesagt habe. Ich arbeite mit jemandem zusammen. Ja. Ich bin dem weder über- noch unterstellt. Wir sind die beiden selben Johnnies. Ein Team. Dann fragt er mich. Ey, Basti, gib mal kurz da hinten den Reiniger für Kühlschrank. Ja. Ich gucke dann da, denke mir so, boah, ich habe auch gerade Stress. Ja. Und gib dem aus Versehen was Falsches. Ja. Warum? Klassische Fahrlässigkeit. Ja, danke. Digga, Alter. Was für ein Leben soll ich führen? Was für ein Leben soll ich führen, wenn ich ihm im Ausversehen die falsche Spraydose gebe? Der kann doch da selber auch nochmal drauf schauen. Derjenige, der dir entgegennimmt. Ja. Ja, genau. Deswegen. Das ist ja die klassische Fahrlässigkeit. Das ist ja die niedrigste Stufe. Von wem? Von dem Empfänger oder dem Ausgeber jetzt? Von, also des Gesetzgebers. Also das ist der heraus. Derjenige, der dem anderen die Sprayflasche gibt? Genau. Oder der dir entgegennimmt. Derjenige, der die Flasche rausgibt, und das ist die falsche Flasche, der begeht eine fahrlässige Handlung, wenn er nachher das passiert. Ja, Freunde, aber ganz ehrlich, wenn wir das weiterspinnen, dann werde ich jedem, jedem, der mich jetzt in Zukunft... Du gehörst auch dazu übrigens. Ey, letztes Wochenende noch. Ey, Basti, hast du mal Feuer? Dann sage ich los. Nee, ich weiß ja nicht, was mit dem Feuerzeug passiert. Am Ende explodiert das, und dann bin ich derjenige, der irgendwann vor Gericht landet, oder was? Theoretisch könnte das passieren. Ich hätte ja das Feuerzeug kontrollieren können, vorher, bevor ich sie gebe. Ja, theoretisch könnte das passieren. Sind das für eine Gedanken von... Also, sorry. Also, ich weiß nicht, der Fall, um den es da geht, ist ja, glaube ich, dieser Fall da in Bornheim, gell? Genau. Ja, aber da war das der Chef, da lasse ich ja noch mit ihm reden. Da hat die vielleicht Angst, dem zu widersprechen. Aber wenn ich jetzt auf Augen mit ihm bin, dann kann ich doch von meinem Mitmenschen verlangen, dass der da auch nochmal drauf schaut. Kannst du verlangen. Ob das dann zu einer Anklage gekommen wäre, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Weil das wahrscheinlich dann so auf aller niedrigste Ebene gewesen wäre. Aber wenn das Feuerzeug jetzt in unserem Fall explodiert, was du mir vorher gibst, und ich vertraue dir, dass du ja als Traurer da weißt, dass es funktioniert, dann könnte es sein... Dann gebe ich dir erst recht, Heinz, weil du weißt das ja auch noch alles. Ich gebe safe niemanden mehr... Ich würde es dir auch nicht anzeigen. Ja, ja, Alter, sagst du jetzt hier, Alter. Warum hätte es mal jemanden, der da irgendwie ermittelt, ne? Nein, also, genau, grundsätzlich könnte das theoretisch der Fall sein, aber tatsächlich sehr verwendet. Leute, ganz kurz, ich sage es jetzt nach draußen, solltet ihr mich irgendwo treffen, denkt gar nicht, ich wäre arrogant geworden. Ich habe einfach nur Angst. Ich gebe euch nichts mehr. Was, die können wir im Foto machen? Nein, keine Ahnung, was ist denn, wenn dein Handy explodiert? Ab aller Fahrlässigkeit. Nee, das ist ja sein Handy, das kann dir ja wurscht sein. Genau, genau. Der Fall mit dem Feuerzeug ist gar nicht so schlecht, wenn du mir ein Feuerzeug gibst und ich zünde es an und vertraue dir, dass das alles funktioniert, dann explodiert es in meinem Gesicht. Nicht. Könnte man eventuell auch eine falle sich annehmen, aber ich sehe das auch nicht. Ich sehe das auch nicht. Das ist ein Glückwunsch, Alter. Ich sehe das auch nicht. Feuer, was? Ich würde ein Treckdarkument hängen können. Wenn ich jetzt immer mal, die Leute werden jetzt denken, was ist denn das für ein Psycho, wenn ich jetzt, ich gebe dir Feuer, aber ich übernehme, bitte unterschreibe hier, ich unterschreibe bitte, ich habe so 30 kleine Mini-Verträge, unterschreibe bitte hier, dass du das Feuerzeug auf eigene Gefahr benutzt, dann wäre ich raus. Ist das so? Würde auch nicht anfallen, es würde nicht zu einer Anklage kommen. Nein, aber theoretisch gesehen könnte ich mich damit komplett befreien, wenn ich sagen würde, ja, ich gebe dir gleich mein Feuer, aber bitte unterschreibe hier eine Unbedenklichkeitserklärung. Nee, das ist keine Ahnung, ob das klappen würde. Nicht mal da kann ich ja mit raus. Doch, das wird ja auch. Das ist doch wie die ganze im Ernst, aber Ärzte dürfen das, wenn ich ins Krankenhaus gehe und die schreiben mir hier, Bruder, wir werden dir wahrscheinlich bei deinen Problemen helfen, es können aber noch 70.000 andere auftreten, bitte unterschreibe hier, dass das für dich kein Problem ist. Ja, aber die Folgen und dessen, also es gibt ja Ärzte, die wegen fahrlässiger Tötung oder Körperfetzen angeklagt werden, sind ja durchaus Fälle, die stattfinden. Wenn man hier in dem Moment irgendeine fahrlässige Handlung nachweisen könnte, dann würde es in der Anklage kommen. Ob es da mit dem Feuerzeugfall dazu kommen wird, mag ich jetzt nicht beurteilen. Ich denke nicht, dass das dazu kommen wird. Wir werden es ausprobieren. Ja, schauen wir mal. Gut, wir nehmen dich jetzt nicht mit. Nee, 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 nee. Ich habe noch eine Frage. Ich habe noch eine Frage zu diesem Fall. Ja. Okay. Also, das Ding ist ja eingestellt worden, weil die Vorwerfbarkeit und so, was du eben auch gesagt hast, alles auf unterster Stufe. So ist eingestellt worden. Wenn diese Frau jetzt, die hatte Narben, die hat keine Narben, wenn diese Frau jetzt zum Beispiel schwere Narben hätte, wie würde sich das auswirken? Auf die Strafe zum Beispiel oder würde es dann auch, könnte es dann auch eingestellt werden? Also wir sind jetzt in dem Fall, Bergerstraße, Café, Chef gibt diese Dose da weiter. Genau. Das war ja offensichtlich eine fahrlässige Körperverletzung, die da angeklagt bzw. verhandelt wurde. Genau. Also, dann hast du ja schon in der Ebene der Anklage, also der Handlung, sprich eine fahrlässige Handlung, auf der Vorsatzebene ja kein Wollen des Ergebnisses. Sonst wäre es ja keine fahrlässige Handlung. Ja. Das heißt, das Ergebnis der Tat ist, also für das Opfer das Ergebnis der Tat, ist für die Entscheidung, ob das Verfahren eingestellt werden kann, erstmal irrelevant. Weil, das ist ja die geringe Schuld des Täters. Das führt ja dazu, dass das Verfahren eingestellt werden kann nach 153a. Okay. Und da ist es, die Folgen für die Tat sind ja auszuklammern. Wir haben ja auch Fälle, in denen zum Beispiel fahrlässige Tötungen, sprich Autofahrer, der in irgendeiner Form fahrlässig jemanden tötet. Da gibt es ja auch Fälle, die nach 153a eingestellt wurden. Das ist ja durchaus möglich. Ja. Und das ist damit zu begründen, dass wir auf der Ebene der Schuld, eine geringe Schuld des Täters feststellen. Da ist dann dieses Ergebnis für das Opfer erstmal auszuklammern. Wenn wir in der Fahrlässigkeit sind. Wenn wir hier einen Vorsatz haben. Nee, wir sind in der Fahrlässigkeit. Ja, aber ganz ehrlich gesagt, sorry, bei allen Leuten, die sich darüber jetzt empören, Gott sei Dank. Ja, ja, absolut. Ich meine, es gibt ja Fälle, in denen ein Autofahrer abbiegt und das festgestellt wird, dass er das einfach nicht sehen konnte. Ja. Definitiv gibt es solche Fälle, die eingestellt wurden, falls die Tötungsfehler. 153a, weiß ich. Man kann dann im Rahmen des CT-Opfer-Ausgleichs, im Rahmen des COA, das kann man in 153a eine Auflage erteilen, dass das an das Opfer gezahlt wird und so. Und dann hat man ja auch wieder eine Wiedergutmachung auf beiden Ebenen. Ich glaube, man muss halt auch manchmal aushalten, es passieren halt auch blöde Sachen. Natürlich, es gibt Unglück. Was soll ich jetzt machen? Ja. Sorry, Alter. Es gibt Unglück. Selbst wenn ich dir das richtig... Ach, na, das habe ich vergessen zu fragen. Stimmt, 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 stimmt. Ich bin gespannt. Kann der Staat voraussetzen, dass ich weiß, dass man keinen Duftspray in den Kühlschrank sprüht? Nee, weiß ich nicht. Weißt du das auch? Ganz kurz, Lossi. Weißt du, was passiert, wenn du mit einer handelsüblichen Duftspray in den Kühlschrank sprühst? Ein Duftspray ist was? Ein Raumspray? Ja, genau. Weißt du, was da passiert? Wenn man damit in den Kühlschrank... Würdest du jetzt sagen, hier, Maja, bla bla... Ich möchte bitte sagen, was da passiert. Das darfst du gleich sagen. Ich will wissen, ob Lossi es weiß. Wissen tue ich es nicht positiv, aber ich würde davon ausgehen, dass man es nicht tun sollte. Siehst du, sage ich auch. Warum? Naja, Duftspray, Kühlschrank, Aggregat, Hitze, Kälte, ob das alles so richtig zusammengehört, weiß ich nicht. Also, der normale Menschensteller würde mir sagen, dass ich das nicht in den Kühlschrank sprühen sollte. Ohne jetzt die chemischen Zusammenhänge zu kennen. Also, ich gebe dir weiterhin Feuer. Ich werde dich weder in meinen Kühlschrank lassen, noch gebe ich dir Feuer. Ich schaffe mir jetzt extra ein Feuerzeug an, nur um ihm immer Feuer zu geben. Ich hoffe sehr, da passiert was. Weil, also nur damit du es weißt, dass es sich wirklich gelohnt hat, es entsteht ein Propan-Butan-Gemisch mit hochexplosiven Aerosolen. So, jetzt bist du auch schlauer. Bin ich schlauer? Ja, was das genau ist, weiß ich jetzt nicht. Aber ich hätte es auch nicht gemacht, so aus dem Bauch heraus. Ich nehme mich auch nicht. So, komm, wir lassen ihn jetzt in Ruhe mit dem Fall, oder? Ja. Der Bassi gibt keine Ruhe, der gibt keine Ruhe. Der gibt keine Ruhe. Wie ist das ganz normal, wegen dem Kälte? Scheiß Duftspray, Alter. Dürfte ich auch kein Parfüm da reinsprühen? Ja. Natürlich nicht. Wie, natürlich nicht? Ich will doch, dass der nicht stinkt. Ich mache ja Kaffeebohnen da rein, so. Ja. Ja, theoretisch gesehen könnte es ja auch kein Parfüm sein. Ja, die legst du ja nicht, die legst du da hin. Genau. Ich bitte immer auch Kaffeebohnen. Wie soll die Kaffeebohnen reagieren? Keine Ahnung. Vielleicht ist das dann auch ein Aerosol-Power-Gemisch. Offenbar ja nicht. Egal. Lass uns in den Zuschauerraum gehen. Bleib noch ein bisschen da, bitte. Ich habe ja gesagt, Kühlschränke sind was sehr Persönliches. Guck. Ich werde meinen sofort weg tun heute. Zuschauerraum. Und da sind wir schon wieder mit einer Zuschauerraumfrage. Also, die ist relativ ernst und sie kommt von Anke. Und auch Anke scheint die alten Folgen zu sehen, zu hören. Es geht um die Nadja Benneiser-Folge mit der HIV-Infektion. Da war es ja so, dass die Staatsanwaltschaft in Darmstadt öffentlich gemacht hat, dass die Frau HIV-positiv ist. In der Folge dieses Outings hat sie, das wissen wir alle, beruflich und persönlich massive Nachteile gehabt. Frage. Inwieweit kann die Staatsanwaltschaft zum Beispiel wegen Rufmord, so nennt sie das, belangt werden? Und kann das Argument gelten, dass die, und das war ja damals das Argument, dass die Infektion öffentlich schon bekannt war? Also, Rufmord, ja, das ist jetzt ein falscher Begriff. Wenn du überhaupt, gibst du was in Amtshaftungsanspruch, den du gegen die Staatsanwaltschaft, den Staatsanwaltschaft, den Staat gelten machen kannst. Ob das in dem Fall erfolgreich wäre, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Die Öffentlichkeit wusste davon, dass sie positiv ist. Dann gibt es ja keine neuen Erkenntnisse. Also, Sie sagen mir so, wer es wissen wollte, konnte es wissen. Ich zum Beispiel habe es nicht gewusst. Ja, ich meine, ich glaube, die Staatsanwaltschaft, wenn ich das richtig im Kopf habe, korrigiert mich bitte sofort. Hat es ja damals begründet mit Wiederholungsgefahr oder Behinderung, dass das sozusagen noch mal passiert, halte ich halt für dünn. Und ich fand es auch unglücklich. Und ich hätte es als Staatsanwalt jetzt auch nicht gemacht. Ich finde, sowas gehört eigentlich auch nicht in die Öffentlichkeit. Ob das jetzt auf der Amtshaftungsebene relevant ist und dass das ein Anspruch ist, der dann positiv durchgehen würde, sehe ich jetzt nicht, vermag ich auch nicht zu beurteilen. Ich glaube nicht, dass das erfolgreich wäre, ehrlich gesagt. Aus meinem Bauchgefühl heraus. Und dann stellt sie die Frage, weil wir da ja immer die Diskussion haben, öffentliches Interesse versus Persönlichkeitsrechte von in diesem Fall der Angeklagten. Wer entscheidet da eigentlich oder was wiegt da eigentlich höher? Warum wiegt, das ist ja häufig so, das öffentliche Interesse höher als das Persönlichkeitsrecht eines Menschen? Ja, weil das Recht der Öffentlichkeit natürlich so hoch ist. Ein so hohes Gut ist. Weil es eben keine sogenannte Geheimjustiz geben soll. Und die Öffentlichkeit kann es halt nur in ganz engen Rahmen ausschließen. Weil wir hier so ein hohes Gut haben, muss da tatsächlich eine relativ hohe Hürde übersprungen werden. Und ob es jetzt in dem Fall jetzt bei der Benaissa die Öffentlichkeit ausgeschlossen wurde, ob es überhaupt einen Antrag gab, die auszuschließen, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie war partiell ausgeschlossen. Ja, genau. Dann ist das ja auch passiert. Wahrscheinlich genau in diesen Bereichen, in diesen höchstpersönlichen Bereichen geht, der Angeklagten, weil dann kannst du die Öffentlichkeit auch ausschließen. Wenn das in dem Fall der Fall war, dann war ja auch alles richtig. Also das steht dann so schön im Gesetz. GVG ist das Gerichtsverfassungsgesetz. Dass, wenn Umstände aus dem persönlichen Lebensbereich angesprochen werden, dann kann die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Und das war ja wohl auch der Fall. Ja, genau. Aber die Staatsanwaltschaft, deswegen Rufmord da, glaube ich, wird nicht klappen. Das ist ja dann auch, ja, eher schwierig, das durchzusetzen, sage ich mal. Okay, doch, mein Freund. Vielen, vielen Dank. Okay, immer dran denken, Feuerzeug mitnehmen, weil es gibt kein Feuer jetzt mehr. Auf jeden Fall. Mach ich. Richtig. Alles klar, mein Lieber. Bis bald. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Es sind nicht alle Fragen beantwortet, aber... Ich bin jetzt auch ein bisschen beleidigt. Wieso denn? Zwei gegen eins, oder was? Weil ich nicht so leben kann, wie ich will. Jetzt bin ich völlig panisch. Ich mache gar nichts mehr. Können Sie mir mal die Tür aufmachen? Nee, keine Ahnung, was in die Tür rausfällt und auf deinen Kopf fällt. Es ruft nicht zu Hilfe aus, dieser Lifestyle. Können Sie mal... Nein, Digga, ich kann nicht, weil es kann ja was passieren, dann bin ich hier am Ende derjenige. So, das fördert dieses, dass jeder sich selber erstmal so... Entschuldigen, können Sie mir die Einkäufe hochtragen? Nein, was ist denn, wenn die rausfallen und dann stolperst du und dann bin ich am Ende der Idiot? Finde ich blöd, muss ich sagen, ist aber auch egal, weil ich mache jetzt nichts mehr. Ich werde jetzt nie mehr mit irgendjemandem in Kontakt treten. Ich verschwinde jetzt nach Hause, komme noch für die Folgen hier raus. Nein, Spaß. Ihr kommt auf jeden Fall am 19.10. in die Keys, in der, was ist das, Waldschmidtstraße, glaube ich. Ja. Guck an. Verurteilt live, es gibt nicht mehr so viele Karten. Am 19.10. umso näher diese Veranstaltungen kommen, umso weniger Karten gibt es, ich glaube, es ist sogar im einstelligen Bereich. Also schnell sein, liebe Freunde, um uns live zu sehen mit immer anderen Fällen. Die ihr hier noch nie gehört habt. Die ihr noch nie gehört habt. Hast du noch was zu sagen? Nö. Dann sage ich jetzt, dabei, dabei. Und ich bin sehr gespannt, was diese Folge mit meinem weiteren Leben anschauen wird. Macht's gut. Verurteilt Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red Eine Produktion des Hessischen Rundfunks